Wir haben den Weltrekord in dieser Season gebrochen, 50 Kills im Squad-Rank-Modus und so sah das Ganze aus. Falls ihr noch neu seid, lasst nochmal gerne ein Abo da und vergesst natürlich auch nicht den Creator Code Roptik im Shop, damit supportet ihr mich und meine Videos, deswegen danke an den Einzelnen, der es macht. Ich blende hier nochmal ein paar Leute ein, die den Code benutzen. Puske daraus für den Support und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also, viel Spaß mit dem Video. Leute, Digger, hey! Drei Leute, Jungs, voll... Oh mein Gott, und noch zwei Leute. Tot, 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 Ninja töntet mich. Ja, Deiner. Geil. Von der zwei. In der Rakete kommt ein neues Team. Kommt Pat. Von Iglo. Stark. Von Iglo kommt noch jemand. Pass auf. Kann ich raus sein, Robin. Kann kein direkt raus sein bei dir. Keine Ahnung, der ist noch Rakete geflogen bei dir in die Richtung. Da bin ich minus 100 hinten auf dem Eisfeld. Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht abgebrochen. Bei mir, bei mir, bei mir. Okay, dann gehe ich da rein. Was ist denn? Äh, one, I mean, one, what's? Zwei. Slurper steht noch, wenn ihr wollt. Ja. Hallo, kommst du da? Der hat mich auch nicht gerafft. Der hat genauso wenig gerafft wie du. Ich habe auch keinen Sound gehört, gar nichts. Bist du mit dem Puls gekommen, oder? Nee, mit Gleiter, ey? Ey, was? Ich habe nichts gehört. Unlucky. Was hast du für einen Gleiter? Dann wollen wir zur Island, äh, zur Dings, Sanguine. Da unten ist Gegner, der kommt auf uns zu. Wollen wir draufladen, Wado? Er rennt weg. Der Arme rennt. Er hat Angst. Nein, er rafft es nicht, er rafft es nicht. Der weiß noch nicht. Jetzt weiß er. Jetzt hat er richtig Angst. Er sprintet, er sprintet. Ich sprint glaube ich. 84. Back. Let's go. Kopfgeld 2, Kopfgeld 3. Grün bei mir. Ich will auch nur eine Shotgun, der hat bestimmt eine. Da liegt eine grüne Tag bei mir. Ja, ist besser als scheiße dich. Back, war der vierste Bugger. Habt ihr müdliche Waffen bekommen schon? Nee, nicht gut. Ja, ich habe. Welche? Shockwave-Wand-Loucher. Uncool. Doch, geil. Jetzt gibt es viel mehr Rockets. Das ist geil jetzt. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Shockwave-Loucher und dem Bogen, dann nehme ich den Bogen. Der Bogen ist krass. Nein, der Bogen ist Müll. Ich weiß auch gar nicht, warum der da überhaupt drin ist. Chance, einmal reinschreiben, was ihr nehmen würdet. Ich glaube, jeder würde den Shockwave-Loucher nehmen. Oder diese komische Alien-Waffe, die so einen 9er-Hits macht oder so. Was? Was ist denn das Raskus-Divis-Waffe? Echt? Ganz ehrlich, geil. Er sagt immer, die ist gut. Ich sage immer, die ist kacke. Aber zum Tower gehen? Ja. Ich glaube, du bist alleine unten. Wir sind rechts oben. Achtig wide, neunzig wide. Ja, genau der. Boah, der sieht uns. Ach, du kacke. Ich kann trotzdem auf ihm. Ich komme, Wainu. Ja, ich halte eben. Ich komme, ich komme auch auf nicht. Da kam noch ein Gleiter geflogen. Ich kann nicht mehr sprinten. Witzig. Der eine ist immer noch direkt unter uns. Sehr geil, die ganze Lobby schießt auf mich. Warum auf mich? Ich bin hier hinten alleine. Ja, Jungs, warum sind wir alle so gesplittet eigentlich? Die Bots sind gespawnt. Oh, Goldi. Ja, mach, 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 mach. Oh. Okay. Warte mal. Synchron. Was? Er hat mich weggebouncet. Was? Ich habe ihn auch. Was? Was? Da chillt noch einer irgendwo. Jetzt kriegen wir uns das Wasser. Ich komme, Robben. Oh mein Gott. Hä, warum werde ich abgecampt? Ich dachte, ich bin der Camper. Und dort? Ich komme, Robben, Nick. Ich bin auch ein Camper. Irgendwo bei mir. Warte mal, selbst von mir auch noch. Er ist runter. Der ist runtergegangen. Ein Layer unter dir. Minus 90 schon, Kevin. Ein Selbst bei mir. Wo seid ihr da? Ich denke, da sind drei Zeug. Da, da, da. Da, 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 da. Da kommt noch einer, Kevin. Noch einer über uns. Reload 150. Oh, bumm. Wir brauchen uns Reloaden. Tja, oh, bumm. Wir haben auch zwei geholt. Ich wurde gesniped, ich wurde gesniped. Nein, das war eine Bombe. Sei leise. Squad FNCS wäre so witzig. Squad, No Build Cups wären witzig. Das wäre noch witziger. Auch witzig ist hier so einen Granatenlauncher kaufen. Boah, 16 Rockets rein da. Ich habe auch ein. Ich habe auch ein. Ich habe auch zehn. Warte mal. Lass den Cash holen. Ich will den sprengen. Da sind welche. Da sind welche, geil. Ja, die sind eingebaut und ich will die sprengen. Ich habe keine Mobility. Ich laufe hier die ganze Zeit. Oh, ne. Wir laufen zusammen. So, die anderen Farmen Mets daneben. Wenn er padded hier über mir irgendwo. Ich kann ihn töten. Warte. Er campt auf dem Dach. Ich bin minus 100. Padded. Ne, der pusht mit Crashpads zu mir, glaube ich. Ja, ich kann ihn beamen. 50. Correct bei dir. Das ist ja lost. Wir sind immer noch unten bei dem Dingster. Die wollen den Erdner pushen. Ich bin verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Komplett. Woher? Oh mein Gott, hier sind zwei. No, was? Warte mal. Aber ein. Ach, Alter. Ich habe die Goldies bei mir, Jungs, wenn ihr braucht. Ich werde von zwei gepusht. Ist jemand close? Ich sehe es. 50. Blau. 100. Oh mein Gott. Ich kann einen Boom machen. Ich weiß nicht, ob ich es creeft. Machen wir einfach. 100. 100. Nett. Ja, ich mach bumm bei dir. Bei mir. Bist du auch noch einer, oder was? Oh, was? Bis zu weit. Oh, Peace. 5, 2, 1. Jetzt auch. Ich habe mich voll gefreut, ja. Das Ding ist voll geil. Irgendwie sind die andere. Wo sind sie hier? 50, baum. Beachtung, weiter, weiter. Was weitermache, ja? Ich glaube, in die Uhrzeit sind die besten Lobby, weil die ganzen PS4-Arzten und die Jungs am Abend noch ein bisschen weiteratzen. Was sagt ihr da? Ja. Ja, wirklich, hä? Zwischen 19 und 21 Uhr sind die die besten Lobbys. Ja, klar. Um 13 Uhr spielen auch nur Leute, die keine Schuhe haben. Die schwitzig sind. Hallo. Die Schule schwänzen für Fortnite. Und oben bin oben als erster alleine auf der Insel. Ja, wie hoch ist die Insel, bitte? Wie sauer. Hier ist ein Gegner am Wasser unter dir. Oh mein Gott. Ich bin in die Insel ein. Ich bin in die Insel ein. Für das Team nehme ich die Insel ein. Ohne Team. Wenn jemand hochkommt, den Puls, ich den weg mit meinem Launcher. Wer kommt hoch? Zimpler kommt, Zimpler kommt. Fabi's eint. Oh mein Gott. Mein Gott, was? Oh mein Gott. Clip das einer. Ich komme drauf. Happy the rest. Ich gehe auch drauf. Ich kann nicht nerven. 100. Oh mein Gott, war das clean. Danke für das irgendwelche Impuls von euch. Voll geil. Freislässig. Freislässig. Ohne ist auch so ein Goldner. Hier kommt die ganze Zeit ein fliegender Loot aus der Luft. Der andere ist hier noch. Warum nehme ich das Ding eigentlich ein? Ich brauche gar nichts davon. Obwohl, Raketen kommen hier raus. Landet einer. Hey, Kleiner, Kleiner. Hey, warte mal. Alarm, Alarm. Ich brauche Rockets. Noch mal, noch mal. Nur Simpline runter. Ich gebe da ja noch. Gut, ich mache ihn Low. 30. 30. Noch ein Goldi. 70. Also, die sind richtig splittig jetzt. Darf ich noch nichts? Jungen, von wo ist Spray der? Ah, nein, nein, nein. 280 Beta. Minus 70 bei dir cracked, Kevin. Dead. Was spiele ich hier? Ich komme nicht rüber. Ich weiß, wie ich da lang soll. 120 auf dem Spiel. Dreh zwei. Dead. Was spiele ich hier für ein Spiel? Der Minus ist ins Rift gegangen. Loller, Typ. Geht da ja. Wo ist der? Irgendwo unter mir. Das sehen wir aber nicht. Beide dead, ja. Ist der auf dem Baum gelandet und runtergefallen? Jajajaja. Über uns. Oh, no. Zwei noch bei mir, unter mir. Dann sind zwei bei mir. Auf meinem Marker. Zwei unter mir. Impuls weg. Ich hoffe, komplett runter. 50, blau auf ihn. Track der beiden. 20, right. Dead. Nice. Entein mir noch. Track. Es ist noch zwei drinne. Es ist noch zwei drinne. 50. Es ist Track. Hab geschaut. Hilfe, Hilfe. Nein, der ist Track. Das ist leider zu mir. Der ist Track immer noch. Ich gehe. Immer noch, immer noch. Hat der Happen? Nee, das war nicht der. Ja, warte mal. Da bei meiner Karte. Bei meiner Karte. 20, right? Das ist auch nicht der. Hä? Bei mir ist es so einer Croft-Skin. Nee, nee. Auch bei meiner Karte oben. Irgendwo ein Grünner-Skin oder so. Gibt es das bei mir? Das ist der Dropp bei mir. Er droppt bei mir. Deiner, genauer Croft. Oh, sieht mein Headet nach. Das ist aber noch einer irgendwo, ne? Hier. 120. Slurpees. Das ist schon ein bisschen der soweit hin. Über uns, Kevin. Über dir, über dir. Da ist es nicht. Ich glaube, er ist auch Reboot. Da, maybe. Nein. Wir sind hier stark. Oh Gott, irgendwer hier. Rockets. Hm, sieht nicht aus. Keiner von den Rockets. Der war hier. Ich glaube, er ist auch hier. Oh. Ja, Reboot irgendwo. Äh, müssen wir hier warten. 50 Bomben. Elfte noch. Nein, wir brauchen alle Gegner. Wir brauchen echt alle Gegner. Hey, Robin, hast du ein paar Rockets für mich. Ein paar zumindest. Ja, zwei. Aber das war's dann auch. Damit ich damit rotieren kann. Warte, die Metzer ja. Oh, ne? Ich muss weg hier. Bombenangriff, Bombenangriff. Ja, witzig, ey. Was ist das denn? Ist oben noch auf higher einer? Einer. Ein einziger, glaube ich. Ja, ich push den. Ich auch. Komm auch zu dir. Einer nach oben. Und da, Robin. Strike bei euch. Nein. Oh, ne kill. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Nein. Da bin ich, Busche. Ja, ja, lass die blühen. Komm. Soll ich ihn finishen oder nicht finishen? Das ist nicht unser. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ach so. Wir haben es da unten. Ja, Tritsch brauchen wir nicht den Kill. Aber wir müssen jetzt alle Kill holen. Wir brauchen die Kill. Wir töten sich. Das war's. Das war's mit der Pfiff. Witzig, nix. Ach nee, warte mal. Wir waren nur zu dritt. Da, 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 da. Angriff. Angriff, 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 Angriff. Hinter mir schwimmt einer. Irgendwo. Wollen wir eine Wand. Wand, wand, wand. Zwei noch mal. Digga. Zwei? Ja, zwei Steps bei mir. Mit deiner Wand. Tatsächlich. Ohne Lügen sogar. Was ist das? Ich bin abtraum. Nein, nein, nein. Ich block. Bin worden, bin worden, worden. Nice. Nice. Unter mir. Wo sind die denn? Unter mir. Unter mir. Ich bin drinne. 70. Immer noch edit auf ihn. Wann ich bin wieder bei ihm? Okay, nice. Ich bin mit der mir die Abkehr, du. Alles gut. Einer kommt. Ist bei dir mein Kloß hier? Ja, unter mir. Unter sich. Der hat ihn, instant. Hast du Rockets? Hat jemand noch Rockets? Äh, nee. Zwei Leute. Zwei. Ich drehen. 130 auf einen. Trägt. 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 Hab ihn. Einer muss noch sein, oder? Ja, das. Ich glaub schon. Ich hab's gar nicht gesehen. Habt ihr den Finish geholt schon? Die on me, on me. Ja, ich seh ihn. Hab einen noch. Noch einen noch. Ja, das war der. Lockenlaut. Wir müssen weiter. Es kann wirklich was werden noch. Wir brauchen alle, oder? Ja, auch schon. Dann müssen alle killen jetzt. Das liegt hier. 3, 2, 1, bomb. Crack. One kill. Ich hab ihn. Ich kann die alle wegimpulsen. Ja, ich kann die alle wegimpulsen. Hier ist einer. Ja, okay. Wo? Da, Lara Croft. Crack dead. Können wir das Team hier oben holen jetzt, oder was machen wir? Ich holge die drüben. Ich lock ihn einmal von unten komplett durch sie durch. Aber einen wegimpuls. Ein auf 5 komplett impuls. Crack, das war nice. Doll. Crack, 130, 130. Unter uns, Kevin, unter uns hier. Wer ist dead? Nice. Noch anders dahinten. Da hinten, Marta. 60, 90. Rennrecht, der foils uns. 70, Crack. Ich komme zu dir. 2 bei mir. Jelle, hol die, hol die, hol die. Ich splashe sie sich full. Die sind wieder full. Mach oben. Ich hab ne Wall. 70. Der countert, oder? 150. What the fuck? Was? Der muss ja machen. Der 50-Bomb. 4, 2, 2, 2, Reino. Letzter, letzter, letzter. Vorletzter, vorletzter. Vortex, Vortex da. Oh mein Gott, das wird was. Das ist die 50-Bomb, das ist die 50-Bomb. Er darf nicht am Storm sterben, hab den Tag schon. Ne, 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 noch nicht. Tag in Tag, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Jetzt, 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 jetzt. Lass mal. Rein da. Letz go. Digga, 50 Kills, das ist krass. In ranked. Ja, komplett krass. Glaubst du, das ist Weltrekord? Ich glaub schon. Ich hab keine Ahnung, was da so ein Rekord ist, aber ist auf jeden Fall geisteskrank. Mal schauen, was kriegen wir für ein 50-Kill-Win? Ja, ich hab 10% oder so bekommen. Oder 8. Keine Ahnung. Ich bin 13. Bis zum nächsten Mal.